Oh mein Gott, ich bin in der Mitte. Geh weg, Mokei. Oh mein Gott, ich hab so viele grüne Waffen auf einmal. Was schieße ich denn jetzt als erstes? Äh, mal was anderes? Ich glaube, ich hab ein Problem mit dem Mokei. Oh mein Dredgeheart. So. Schlängli. Komm ein Schlängel. Oh Mokei, das ist auch gut. Ich glaube, ich hab hier vorhin ein Problem. Dann wirklich war das hin. Oh Mokei, sorry. Ich wollte dich nicht anzünden. Shadow kann da hinten schön die Artillerie machen. Hör. Hmm bin ich schon wieder alleine hier ist dann da wieder los ist dann so ein bisschen warum nehmen na, jolung, wie spendabel könnt ihr nicht mehr spenden oh scheiße was ist denn das hat schon wieder miau katzen werden wenn er diesen mega roller gebracht hat das war ich gut Dankeschön. Safe. Ich hoffe, der passt. Nein! Ach nee! Mit wem redest du? Mit dir. Das war die Geisterbombe. Das war doch ein Geisterbombe. Was? Ich wollte auf Feuern klicken und hab dann erst daneben geklickt und dann auf Feuern. Passt ja. Und günstig. Arriba! Ich treffe dich jetzt. Oh doch, könnte ich treffen. Oh, 80 Schaden. Schick. Ach komm. Ach komm. Komm Osel, die machen wir fertig. Osel nicht. Äh YOLO. Ja klar. Wenn du da einen Sieg kriegst. Muss ja. Oh ja. Muss doch erst mal einer. Oh tschüss. Nein. Nein, ich krieg die Waffen vom Mokkai nicht. Hihihi. Hm. Ach so. Shadow, du kannst auch gerne auf Bendy gehen. Ich den solche sollte ich jetzt eigentlich kriegen. Ja, ritt's euch halt noch ab. Kacke. Ah. Ich hab noch 70 Schaden gemacht. 80. 98. Boah. Egal. Ich weiß, dass es nicht verboten ist, aber gemein. Ja, das schreibst du mir? Ja. Mhm. Boah, schade. Schade. Ja, passt schon wieder. Ach, einfach schön. Nein. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Pff, ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber das muss erst mal hinkriegen. Jo, das war gut, das war gut. Aha. Was haben wir denn da? Ja, siehst du, der hier runterkommt und mich vor sich schiebt, fast ins Land hat. Boah, das war ein Schuss. Das war ein Kunstschuss. Uuu, du bist mein Retter. Danke dir. Stimmt, sie hat es gewonnen. Ja. Sieg. Level up. Moment. So viel Lustiger. Ja. Also gestern war ich auch froh, dass ich nichts zum Knallen hatte. Wir hatten richtig schönen, äh, starken Wind und Regen. Echt? Ja. Bei uns war es eigentlich, ähm, so in Ordnung. Ne, und so richtig ist es ins Wetter. Ne, und so richtig ist es ins Wetter. Leicht, da wird es gekommen. Hahahaha. 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 Ja, sag sie mal. Was? Jetzt bin ich schon wieder weiter unten. Ich geh aus der Mitte raus, das ist mit uns zu tun. Ich komm nicht weg. Was war das denn? Keine Ahnung. Fuck. Warum blitzt du? Du hast Items, oder was? Aua. Oh, ich fahren gerade. Oh, danke, dass du es gesagt hast. Was bei mir alles einschlägt. Und wie viel Leben du noch hast? Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Ach. Naja, zwölf Schaden. Okay. Wach. Du hast ihn, wie viel zu tun. Ich bin tot. Und wie viel zu tun. Oh, ich bin tot. Drück mir die Daumen, Yolong. Jetzt kommt der Pfeil. Aber hallo? Oh, sehr gut. Zahnroh. Watt ein Treffer. Das war zu weit. Ach. Die Kratze war gut. Das blöde Mauerber-Sügel. Aua. Aua. Lass mich nicht alleine. Ja. Nein. Das ist ja gut, Loka. Schnüff. Es tut mir leid. Verlust mir das jetzt schmierig. Ich muss der jetzt herhalten. Oh, der macht Spaß. Gut, dass ich den noch zweimal abschüsse. Oder gibt es jetzt doch was Schöneres? Wie viel hast du denn noch? 35? Was macht ein Mega-Beben denn? 15. 15? Ist zu wenig. Warum soll ja bei dem bleiben, was man hat, ne? Jetzt würde Mega-Beben reichen. Na, perfekt. Du kannst hinfahren, wohin du möchtest, Ossl. Es gibt kein Entkommen. Oh, oh. Na. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Puh. Aber nicht schlecht. Das war noch ein guter Schuss, Ossl. Ja. Du, jetzt hast du sogar zweimal einen Sieg gekriegt. Gleich hinterher. Ja. Es läuft. Oh, X-Angriff. Das habe ich da bekommen. So, eine Runde kann ich noch. Eine Runde machen wir noch. Ich glaube, dann ist auch genug für heute, oder? Jo. Da muss noch jeder... Ähm, ich bin dafür. Nö. Mal gucken. Den jetzt noch nicht. Ich hoffe, ich treffe euch nicht, ist der Schaden. Oh, das ist, glaube ich, nicht so, dass du dabei bist. Aber was machst du da? Das war nicht mein Blau. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Gut. Ich glaube, wir haben uns alle getötet selbst. Schnell noch meine besten Schüsse raushauen. Ach, das kannst du für dich da belassen. Nö, nö. Braucht man nicht. Komm, ist das mutterneben, oder was? Der ist ja noch wieder weg. Hau. Das ist jetzt eine sauglöte Position. Der Schatten wird über euch kommen. Ihr Dämonen, ne? Mit doppeltem Schaden. Keine Saison. Zum Wort. Bin mal gespannt, was das ist. Oh, oh. Au. 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 Nein. Tut das sowas nicht. Meine. Spalte. Spalte. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Zehnten ist nicht so sehr sinnvoll. Ja, ich hab uns kaputt gemacht. Hoho. Immerhin noch 76 Schaden gemacht. Jetzt gucken wir mal, was Ossl kann. Go, Ossl. Go, Ossl. Ja, dann macht euch jetzt fertig. Könnt ihr auch noch ein bisschen nach vorne fahren. Um die Giste sammeln. Oder so. Na, du. Oh, 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 oh. Der hat gesessen. Jetzt kann er die Giste sagen. Wenn er sich trauen würde. Mach da, mach da. Du kriegst einen wütenden Vogel. 40, 40 Amor. Ja, puttel. Puttel's euch rein. Wow. Da ist der Spalter. Guckst du, der Zerbrecher auch. Nimm ich den Sprecher. Belli geht in Atem zum Beispiel weiter. Hm. Ach, da ist schon wieder das schwarze Loch. Ah, das ist wohl das. Ah, schade. Jawoll. Ich wollte dir noch ein schönes Feuerwerk beschehen, Ossl. Und da ist das schwarze Loch. Geht noch eins? Oh, das war schon jetzt. Oh je. Oh je, ich bin halt im Glück. Was noch? Oh, ja. Was habe ich denn? Ein Messer hilft mir jetzt nicht viel. Nein. Ein bisschen weiter nach links fallen müssen. Hm. Aua. In der Senke zu stehen ist immer schlecht bei solchen Dingangriffen. Hm. Oh oh. Was? Ich habe den Teleporter nicht gesehen. Ui. Ich will ja auch immer den Teleporter da hinwerfen. Er war da hinten gestanden beim Bus. Derjenige hat Glück gehabt. Ah, mein Rohr müsste aber aus diesem Ding rausragen gerade so. Ja. Das kann gut sein. Ich werde es mal testen. Äh, was noch ist, wenn man nicht auf der sicheren Seite. Boah. Boah. Und ein Kunstschuss. Boah. Oh, Zahnrad. ich hab da gehört was gesehen nie der ist jetzt noch nicht gut ich bin tot du hast sowas nicht ich hab doch alle von euch abgelenkt 96 schaden die olum haut jetzt raus hier und das schöne ist den habe ich noch mal aber ich hoffe die kommen nicht durchs portal wieder ausgelöst ich glaube ich habe ich habe dich gerade getötet ja das ist okay das habe ich erledigt bevor ich hier mitgeholt werde aber gute runde zum xp sammeln war das was fünf leben hattest du nur noch auch meno das hat die olum sogar 30 und am meisten schaden gemacht so ich bin dann aber raus das ist das ist das ist das ist das ist das an Vielen Dank.